Es ist nach wie vor Ausnahmezustand in New York. Der Hurricane Sandy fegt nach wie vor über Manhattan drüber. Demnach ist auch heute der zweite Tag in Folge, die Wall Street geschlossen. Die Sicherheit für die Mitarbeiter kann nach wie vor nicht gewährleistet werden. Was genau die Folgen für den Handel sind, das will ich heute wissen von Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, die erste Frage ist, gab es überhaupt schon einmal ein vergleichbares Ereignis? War die Wall Street schon einmal geschlossen? Da müssen wir lange zurückschauen in den Geschichtsbüchern, dass die Wall Street geschlossen war wegen eines Hurricanes. Und tatsächlich, 1985 werden wir fündig. Es war der Hurricane Gloria. Hier war die Wall Street tatsächlich auch geschlossen. Das letzte Mal, dass wir eine Schließung der Wall Street, also eine Schließung des Handels überhaupt hatten, das war bei 9-11-2001. Aber seitdem hatten wir eigentlich immer in Amerika an der Wall Street börsentäglich unseren Handel. Was bedeutet das nun konkret für den Handel? Wird überhaupt noch gehandelt in New York oder wie macht es ihr? Nein, es war tatsächlich so, dass Montag und heute der Markt komplett geschlossen ist. Es gab zunächst die Vermutung, dass man vielleicht die elektronische Börse, die Computerhandelssysteme, der Nasdaq, dass man diese laufen lassen könnte. Aber letztendlich war es so, es war zu gefährlich, die Händler in die Bankentürme zu bringen. Denn es ist natürlich auch so, bei einem elektronischen Computerhandelssystem, auch das funktioniert natürlich nicht nur mit Maschinen. Es sind letztendlich Händler, die die Preise in diese Maschinen eingeben, die als Marketmaker fungieren. Und diese Händler sitzen natürlich hauptsächlich in den Bürotürmen in Manhattan. Und die konnten natürlich die Arbeit nicht erreichen. Zum einen, der öffentliche Nahverkehr wurde geschlossen vom Bürgermeister Blumberg. Und die Sicherheit geht vor. Aufgrund dessen hat die SEC letztendlich erklärt, ganz klar, der Handel wird Montag und Dienstag ausgesetzt. Wie es jetzt am Mittwoch sein wird, wir werden sehen, aber wir sind guter Dinge, dass bis dahin das Schlimmste hinter uns liegt und dass der Handel am Dienstag wieder beginnt. Gehen wir mal davon aus, dass der Handel morgen wieder losgeht. Was bedeutet das? Was können wir morgen erwarten? Ja, die ersten Schadenschätzungen, sie gibt es ja jetzt bereits. Man rechnet mit wirtschaftlichen Schäden von 10 bis 20 Milliarden, was davon durch Rückversicherer letztendlich abgedeckt sein wird. Das ist die ganz, ganz große Frage. Das wird man letztendlich hinterher sehen. Ganz klar ist, die ersten haben sich geäußert. Es hat natürlich Auswirkungen im Verhalten der Konsumenten. Geld wurde natürlich ausgegeben, um die Häuser sicher zu machen. In den großen Baumarktketten wie Home Depot, wie Löwes, da scheinen die Profiteure irgendwo zu sein. Aber dieses Geld, das fehlt natürlich irgendwo. Da darf man sehr gespannt sein. Fehlt es für das Weihnachtsgeschäft? Das wäre natürlich wiederum schlecht für die Retailer. Das sind alles Dinge, die man dann letztendlich sehen wird. Aber man wird natürlich versuchen, so schnell wie möglich zur Normalität in New York zurückzukehren. Ein Punkt ist da, der New York Marathon. Am Sonntag soll er starten und bisher ist er nicht abgesagt. Für ordentlich Wirbel sorgte Sandy auch bei Google. Was ist da passiert? Ja, das ist eine natürlich harte Anekdote, muss man sagen. An dem Beispiel sieht man, wie hart in der Branche gekämpft wird. Microsoft hatte sein neues Windows Phone 8 angekündigt. Die Präsentation am Montag an der Westküste. Google hatte daraufhin natürlich versucht, schnell zu reagieren. Hatte eine Präsentation auch für Montag angekündigt, allerdings an der Ostküste. Und diese Präsentation musste natürlich aufgrund des Wirbelsturms ausfallen. Die Produkte wurden präsentiert im Firmenblock. Microsoft konnte letztendlich seine Produkte live in einer Show präsentieren. Aber man sieht, Google ist da einen ganz, ganz entscheidenden Schritt vorangegangen. Eine komplette Produktfamilie mit einem neuen Nexus Phone, mit einem Nexus Tablet. Mit echten Kampfpreisen, was vor allem gegen den Platz hier Apple zielt. Und da darf man sehr gespannt sein, wenn die Märkte dann wieder öffnen. A, wie sich das auf Apple auswirkt. Ob die Vormachtstellung weiterhin unter Druck ist. Und natürlich, wie insgesamt das Produkt von Google und Microsoft angenommen wird. Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön.